Allein hier drin, oh, ja könnt ihr mich mal vorwahren? Gerade am Mischpoil rumfummeln. Hilfe. Gott. Jetzt ist der schon am spawnen ey. Jetzt können wir direkt sterben. Ja, er ist down. Oh Gott sei Dank, raus hier. Jetzt bitte keine Monster mehr von denen. Auf ein neues, ne? Wir müssen doch die Spinne finden. Das machen wir uns hier echt zur Lebensaufgabe. Spinni, Spinni, Spinni. Was ist denn hier hinten noch? Ach du Kacke. Wieder so ein Typ? Ne, ein Enderman. Und ein paar hässliche Zombies, die mich gleich getötet haben mit einem Schlag. Hm. Bisschen ärgerlich. Ach, nur ein bisschen. Jetzt hier unten nix mehr? Aha, Enderman. Oh, meine Pfeile brennen. Warum brennen? Wie ist das denn gemacht? Das ist bestimmt ein verzaubernden Bogen. Ja, muss ja so sein. Ja. Oh. Zombie auf Drogen. Zombie auf Drogen. Oh, tot. Es brennt und es ist tot. Das ist auf jeden Fall effektiv bei dem einen. Ach du Kacke. Hier ist einer mit einem Leuchtschädel. Wie riesig fallen das Haus? Bist du jetzt da hochgegangen? Ja, ne? Noch gar nicht. Hallo? Aber ich fürchte, hier oben wird's böse. Ist überhaupt da oben was? Ja, komm hoch. Wo seid ihr? Du schießt auf den Zombie. Mach die Tür zu. Ah. Oh Gott. Es ist hier dunkel. Ich seh hier mehr wie du. Echt? Ich seh hier gar nichts. Es ist völlig so schwarz. Und ich seh die brennenden Texturen. Warum wird's nicht hell? Es muss brennen. Zombie. Ja, Niklas. Wie sie einfach immer mich abschießt. Ja, wir sind einfach weitergegangen, Niklas. Da geht dann irgendwann eine Leiter nach oben. Außen lang. Ja. Okay, was ist denn hier? Warning, Spiders. Oh, wir sind in der Nähe von den Spinnen. Niklas, komm wieder. Ja, genau hier. Ah, da. Da, wo's brennt. Da oben brennt's überall. Pass auf. Sonst gerätst du da leicht in Flammen. Das ist nur so ein Tipp. So, hier hinten geht's weiter, oder? Nee, aber hier steht, hier sind Spinnen. Ich glaube, ich genieße mal die Aussicht auf den Balkon. Komm mal lieber hier rein. Ja, hier oben ist eine Kiste. Trank der Stärke und so. Voll korrekt. Ja, ja. So, wo seid ihr? Da, wo drin steht, Warning, Spiders. Das ist, oh nee, ich wollte grad sagen. Da oben geht's irgendwie weiter. Ist da irgendwas drin? Nee. Nee. Hinauf. Hinauf. In das geheiligte Land. Ja, Bossfight. Die Spinne ist hier oben. Oh, ja. Warte mal kurz. Ich nehm mir kurz den Stärke-Trank. Trank der Stärke und leg mir den hier rein. Ihhh. Ja, ich bräuchte auch einen neuen Honest. Das ist alles kaputt. Was haben wir hier noch? Irgendwo ein Kettenhemd oder so? Ja. Ja. Okay. Stürmen sie. Am besten direkt die, äh, Spinnennetze kaputt machen. Ich hab keine Schwert. Das müsst ihr machen. Ich hab übrigens drei Nuggets. Hier. Nimm das. Ah. Here we go. Was ist hier los? Ich lande schon mal direkt in einem Netz. Lecker. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Die Netze kann man gar nicht kaputt machen. Alter, da brauchst du ewig für. Da hinten sind's. Da drin. Ihr müsst weiter hier hinter. Gott, die fallen da. Oh. My little friends are coming for you. Phoenix! Brenne! Brenne! Hör auf zu schießen! Mann am Boden! Mann am Boden! Ja, getroffen! Wo ist die blöde Spinnenkönigin? Nein! Ui! Leck! Ich hab auf jeden Fall mal den Noteblock. Aber die Königin haben wir noch nicht, ne? Alter! Hilfe! Ich glaub da kommen erstmal die paar Runden von Spinnen. Die paar Millionen Spinnen. Und dann kommt dann... Oh Gott. Und dann kommt erst der... Bosskampf. Ich wurde gestayed gerade. Kommt mal mit. Ah! Kommt mal mit hier hinter. Oh. Achtung! Hinter die hinter die... Ich glaub das ist die Spinne hier. Weil die geht nicht direkt down. Oder? Die Spinne geht nicht direkt down. Oh Gott. Das ist glaub ich der Endgänger. Boah. Rot hier rein ey. Alter. Punktestand 511. So ich zieh mir jetzt nen Trank der Stärke rein. Wo ist das Kackvieh? Hm. Das was brennt. Hab ich noch Stärke? Hab ich noch Stärke? Ne. Toll. Hat's ja gebracht. Mano! Stinky Humans. I don't want die. Was? Hä? Ich bin ganz aus dem Server ausgegangen. Warum auch immer. Warum auch immer. Hilfe. Das gibt's doch nicht. Oh. Einschlag und ich bin direkt gut ey. Ja. Ihr macht einmal Hüpf und dann ist man tot. Wir hätten Pussy Mode spielen sein. Down. Ja. So. Kommt ihr mit zum Noteblock? Der ist ganz hinten. Falter Falter. Hier hinten ist der Noteblock. Wer auch immer jetzt die Schallplatte hat. Ich. Hier hinten ist er. Bloß raus aus dem Kack hier. Irgendwas hört sich bewegt. You are making me angry now. I will bring chaos to the world. Okay. Ja. Wir können ihn nicht stoppen. Natürlich. Ich glaub wir können schon wieder zurück. Wir müssen jetzt. Ne. Wir müssen die nächste Quest lesen. Wir haben jetzt alle getötet. Lass mich mal. Ja. Wir können jetzt hier wieder raus. Oder hatten wir. Ne. Beim anderen hatten wir. Wir hatten bei dem ersten gar keine Boss Tür. Es kann sein, dass wir noch einen töten müssen. Quest 3 haben wir. Bist du sicher? Haben wir alle 3 getötet? Oder haben wir nur 2 getötet? Ja. Ich weiß nicht. Aber beim ersten war keine Tür mit dem. Mit dem. Weißt du. Boss auf. Ist egal. Ich weiß nicht. Der Magier. Den haben wir getötet. Den. Die Spinne. Und die Witch. Lass mal hier weiter gehen. Hier drüben. Kommt bestimmt noch was. Oh hier sind noch eben. Oh nein. Deine Pfeile. Hoi. Hoi. Hauptsache ich bin jetzt wieder hier in dem Spinnenraum. Was sollten die kacke? Ja. Deine Pfeile sind. Wie soll ich es ausdrücken? Tödlich? Ah. Ja. Zimmer mal gegen den Typen da. Genau. Nice. Oje. Diese. Klopfbläste. Habt ihr mal nach oben geguckt? Äh. Ah. Das sind wenig Knöpfe. Wenig. Zwei. Versuch grad mal irgendwas. Warte. Seid mal leise. Das spielt ne Melodie. Ja das ist die Musik von der Musikbox. Wo wir grad die Disc eingerufen haben. Echt? Ja. Ja. Ich kann das nicht auseinander halten. Ich hab das zu leise. Egal. Ich mag den Knöpfchenraum nicht. Ach du Scheiße. Äh. Ja genau. Ist okay. Ich brenne. Ich brenne auch. Hä? Wo war denn der Mann ey? Ich hab den gar nicht gesehen. Alter. Was ist das für ne Scheiße ey. So. Seid ihr auch gestorben? Hallo. Das war nicht gut hier da raus zu lassen. Ich brenne schon wieder ey. Hauptsache. Hauptsache. Weißt du? Hauptsache töten. Ups. Egal wen ne. Und wen es denn. Klasse ist. Ja gut. Das ist ja kein Verlust. Doch es liegt ja. Ach natürlich. Ein herber Verlust. Oh Gott. Oh der hat gut Damage. Achso. Der schiebt dich ganz schön nach hinten. Mhm. Was denn hier? Oh ne Truhe. Oh. Achtung. 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 Kati. Hilfe. Hilfe. Ah. Das waren zu viele. Kein Fehler. Hier geht jeder einzeln in irgendeinen Raum. Oh. Ja. Wie willst du denn das allein schaffen? Ja. Und warum geht der dann überhaupt in einen Raum? Wir müssen alle zusammen rein. Also ich glaube wenn du nie Map of Hardcore allein spielen kannst hast du es drauf. Oh. Er läuft auch noch genau rein. Sitze. Aber auch mehr als ein bis. Mehr als zwei Stunden oder. Ja. Ja. Viereinhalb oder so. Hilfe. Hilfe. Komm mal hier rein. Ah. Ja. Ich sterbe zu oft. Ich habe keinen Skill. Wo seid ihr denn jetzt lang? Links. Im Raum. Ach das ist der Raum. Okay. Ich habe ein bisschen die Orientierung verloren. Nur ein bisschen. Boah. Mein rechte. Äh. Meine rechte Hand tut schon weh vom ganzen Rechtsklicken immer von der. Die tut von was anderem weh. Von. Vom Bogen. Schießen. Vom Bogen schießen. Du. Hm. Nicht das was du meinst. Wir können ja wieder raus gehen. Da war noch eine Kiste ne? Hier drin ist ein Noteblock. Oh Gott. Freunde hier drin ist ein Noteblock. Das ist ein Schlafzimmer von irgendwem. Äh. Oh nein ich häng hier fest. Oh cool ich häng hier fest. Ah jetzt nicht mehr. Also ich bin hier eins weiter gegangen jetzt. Ist hier noch wer? Achja. Schon. Down. Ach. Kati irgendwann häng ich dich auf ey. Es tut mir leid. So hier war nichts drin. Soll. Nicht den Enderman angucken. Au. Ach du. Au. 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 Das machst du doch absichtlich. Gib's zu. Nein. Ich doch nicht. Nein nein niemals. Du läufst mir einfach nur immer rein. Hm. Alter, was hält denn der alles aus, Mann? Alles Oh, ich hab'n Diaschwert Hab' ich auch Hab' ich aber schon länger Das wär' mir gar nicht aufgefallen Ja, hier rechts wollen wir noch nicht, oder? Ja, da war gleich so'n kleiner Auch nicht schlecht Einer ist gut Einer ist gut, ja, wirklich Ich hab' die Tür aufgemacht, der stand da zack drin Was? Ich bin im, äh, im Anfangsraum Warum das denn? Steht was dabei? Nein, ich bin im Anfangsraum Hast du denn gesagt, im Tutorialraum bin ich Ja, die Sachen hab' ich noch Hobby auf Droge Jetzt musste ich Knöpfchen drücken Jetzt bin ich wieder da Zombie-Aufgurungs-Hilfe Ganz viele Zombie-Aufgurungs-Hilfe Ey, ich spawne immer am Anfangspunkt Und wenn ich das Knöpfchen drücke Bin ich auf einmal wieder da am alten Punkt Oh Mann Ne, jetzt nicht mehr Ich hab' dich doch grad hierher geportet Ach, du warst das Ja, ja, klar, wer sonst? Der Heilige Geist Wo bin ich denn jetzt? Ja, TP Bist du jetzt bei mir? Ja, ihr seid beide da Ich bin irgendwie immer am Anfangspunkt Warum auch immer Ja gut, dann hat's dir bei dir den Spawn verballert Das ist ja vollkommen Help, 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 help Hinter dir Ja, die drei vor mir, die haben auch gereicht Gott, ist das Nervenaufreiben Diesem Map, das ist Wahnsinn Oh Gott Habe mich abguckt, Kalypse oder so Was ist denn da hinten? Ach, hier war der Enderman drin Und die kleinen scheiß Viecher Sehr gut, dass in der Kiste nix drin ist Und nicht umsonst gestorben wird Ich hab' umsonst den Löffel abgegeben Bossfight Herobuin Ja, genau Hier ist Bossfight Genau, wir haben ihn nämlich vergessen Den dritten Das war nämlich nicht der dritte Den wir für den dritten gehalten haben Äh, da ist ein Monster drin Ja, lass den Bossfight machen Ich glaube, das ist das kleinere Übel Leider, übrigens Ja, genau Ja, oder? Hau rein Ja Can start the fight yet? Tato is still alive Hä? Tato de Marge Dann können wir erst die Monster killen Wir müssen erst den Ah, jetzt hab ich auf Droge, jetzt hab ich auf Droge Skelett Es ist dunkel Nein, hier ist nix mehr Andere Tür Ah, geht nicht Boah, das war gar nicht schreckhaft Gar nicht Hier ist auch nix drinnen Wir haben wie Geul oben Was ist denn hier hinten? Gucken wir, ob's jetzt geht Ach, der kleine Kacker Nö, wir müssen erst alles kaputt machen Wir müssen den Den Marge-Fuzzi töten Was heißt denn Marge? Hat jemand ne Ahnung? Nein, leider nicht Da ist nix drinnen Hat er nicht hier noch rechts irgendeinen Seiteneingang? Ja, hier die Seiteneingänge haben wir noch nicht Das Questbook Hier geht's nämlich runter So, weiter Marge sind doch meistens immer im Keller Ach ne, da kamen wir ja her Echt? Da kamen wir her Zato heißt der Typ Zato Dann müssen wir mal gucken Hier rechts War hier nix Dann müssen wir doch dieses konische Rätsel machen Kleine Kinder wieder Was mit den Knöpfchen? Ja Kleine Kinder, kleine Kinder Ach, tot Ich find das so geil Aber ihr seid meine Zeugen Niklas wird vor kleinen Kindern genüppelt Nicht, dass du gleich genüppelt wirst Und wieder am Anfang Porten Ich find wir sollten das Rätsel lösen Nein, hier ist schon wieder so ein scheiß Vieh So ein großes Ja Wo bist du? Ich glaube es ist falsch, Daniel Wo ist Kathi? In dem Gang Wo ist Kathi? Boah Alter, was geht ab? So ein Kack 150.000 Feuerhäufchen Ah, jetzt können wir erstmal wieder 1000 Stunden draufhauen 10.000 Hauptsache es sind 10 Trillionen Pfeile auf dem Boden Nicht von mir Warte, ich porte selber Äh, zuerst deinen Namen, oder? Ne Ich hab's schon eingetragen, weißt du? Ich muss nur noch einen Pfeil nach oben drücken und entern Das muss ich ja gar nicht mehr machen Oh mein Gott, echt Äh, weh, stopp doch Mein Gott, wie lange brauchen das Vieh? Ist doch nicht normal Also echt, wir hätten den Pussy Mode nehmen sollen Boah Ernstlich Es hat Gold Nuggets getroppt Und ein Pralattenpanzer Und ich hab mittlerweile 6 Nuggets, ne? Also wenn wir jetzt da Diesen Helm holen wollen Können wir das tun Wir müssen aber erst den Magi-Fritzi finden Weil vorher können wir da nicht hoch zum Bossfight Hinter die, hinter die, Daniel Wo kommen die denn hinter mir mal her? Ich denke, ihr gebt mir Deckung Wo ist denn Kati? Auf der anderen Seite Oh, mein Oh Oh Oh, oh Oh, oh Nein, ich will hier raus Ich will jetzt nicht Nein, danke Wenn ich's kaum Oh Der denn her? Wieder Mittelgang Scene Aber da rechts müssen wir rein Da geht's nämlich hoch Und auf den Dachboden Aber da ist wieder so ein scheiß schweres Vieh Äh, ja Hinfort Hier warst du schon drin, oder wie? Ja, da drin war das Vieh Achso, ja, da steht's Heimtückisch Wo seid ihr jetzt? Auf dem Dachboden Was ich wo finde? Ich geb den Tipp Geh nach oben Ja, wo ist denn hier eine Treppe nach oben? Genau da Wo ich grad runtergefallen bin Sehr tief Ich weiß nicht, wo ihr seid Ah, da Und jetzt? Du bist falsch, ne krass Ich glaub hier war's Ja, hier Ach, ne, schon wieder Ich mach mir jetzt ein ultimatives Schwert Ich hau jetzt zwei Schwerte zusammen Mit dem Crafting Table